Was ist das denn für ein Quiz? Wie viele Joke habe ich? Das ist anspruchsvoll, dass sie jetzt schon lachen ehrlich. Was ist das schon wieder für ein Quatsch? Zusammen gegen die Bayern. Hey Kämpfi, Konzentration, hier kommt die erste Frage. Wie heißt das Stuttgarter Volksfest? Wo feiern die Bayern ihr Oktoberfest? Auf dem Vasen. Worauf spielt man Fußball? Wiesen. Was ist grün und kann man essen? Rasen. Was ist dein Lieblingsgericht? Gurke. Was servierst du deinem Feind? Kammer-Schnitzel. Und was ist ein bekanntes bayerisches Gebäck? Grätschen. Gegen wen spielen wir am Dienstagabend? Brezel. Das war schon stark Kämpfi und viel Erfolg gegen die Bayern.